Leute, 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 ich habe ganz normal in Bluecaven gespielt, aber dann dachte ich einfach nur, ich habe auf jeden Fall eine sehr gute Idee und zwar, wie wäre es eigentlich mit Outfits kopieren von irgendwelchen anderen Spielern hier in Bluecaven? Joa, weiß ich jetzt auch nicht, also könnte auf jeden Fall eine sehr gute Idee sein und da sehe ich auch schon mein nächstes Haus, also mein erstes Haus, was ich auf jeden Fall, ich gucke einfach nur erstmal rein, ob da vielleicht jemand ist und wenn auf jeden Fall da jemand ist, dann kopiere ich einfach nur ein Outfit und Ist das gerade ein Baumhaus? Echt jetzt? Okay, alles klar, also ich gucke mal erstmal, ob da auf jeden Fall jemand ist und wenn es so ist, dann... Oh, was? Wer ist das denn? Mein Gott, wie siehst du denn aus? Okay, alles klar, Leute, guckt doch mal einfach nur, wie sie gerade aussieht und das kann ich auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall mal machen, also okay, wie sieht denn das an? Okay, warte mal, ich gehe mal ein bisschen direkt zur Seite, damit sie mich nicht merkt und, ähm, joa, alles klar, mal gucken auf jeden Fall, also, ich glaube, das sind diese Haare hier? Ja, oh geil, alles klar, äh, mhm, also, ich sehe jetzt schon gut aus, aber vielleicht nicht mit diesem Gesicht, aber ist auch in Ordnung, warte mal, welches Gesicht hat sie denn? Irgendwas mit den... Ja, ich glaube das hier, oh mein Gott, was ist das denn eigentlich? Was ist das für ein Gesicht? Warum dachte da jemand, dass es eigentlich eine sehr gute Sache ist? Und warte mal, was ist das für ein Shirt? Äh, das steht Slay drauf, okay, Slay, joa, alles klar, und ich glaube, ganz normale Jeans, oder? Okay, ich hoffe, die sieht mich einfach nur nicht. Okay, alles klar, ich glaube, ganz normale Jeans mit weißen, aber eigentlich sowas ähnliches, wie ich eigentlich habe, ich glaube, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus, oder? Oder sollte ich da was anderes nehmen? Nee, das hat auf jeden Fall keine weißen, nö. Ja, ich glaube, das, was ich schon anhatte, sollte eigentlich passen, oder? Ach doch, das hier, das ist doch, das sieht doch gut aus. Oh mein Gott, soll ich da einfach nur da reingehen? Ich kann da reingehen, haha, oh mein Gott, das ist doch extrem gut. Okay, ich gehe einfach nur erstmal da rein und mal gucken einfach hier mal. Oh, hallo, ja, ich habe dich gerade kopiert. Wie geht's dir denn so? Lol, hast du mich gerade kopiert? Ja, haha, das ist mein Outfit. Boah, also ehrlich gesagt, ich würde nicht wirklich proud davon, also ehrlich gesagt, so gut sieht sie jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, okay, das sind auf jeden Fall, ja, die Hose sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus, aber sonst, ja, eigentlich, eigentlich habe ich dich kopiert. Ja, das ist dein Outfit. Geh raus! Oder du wirst gebannt. Okay, bin ich gerade im eigentlichen Video, wo ich eigentlich die Leute banne, also, wo ich die Leute mich blocken möchte? Ich glaube nicht unbedingt. Okay, ich gehe schon raus. Alles Gute, mal gechillt doch. Ach, was ist das denn? Das sieht extrem. Das sieht doch einfach nur sehr. Ich weiß nicht, warum, wer eigentlich, wer möchte eigentlich so aussehen? Wie ist das denn eigentlich? Ja, aber alles klar. Okay, schon viel, viel besser, Leute. Ich gehe jetzt mal einfach nur und gucke einfach nur, ob ich noch jemanden finde hier in Brookhaven. Ähm, das war auf jeden Fall ein bisschen ein Fail. Also, okay, also was für ein Fail? Ich habe es nicht mehr übergeschafft. Ich gucke mal auf jeden Fall, was wir noch hier alles haben. Okay, Leute. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf einem neuen Server. Einfach nur, weil der andere Server war auf jeden Fall ein bisschen lame, weil da auf jeden Fall gar keiner war. Also, warte mal. Du siehst doch eigentlich gut aus. Ich könnte ja dich theoretisch kopieren. Ich finde, das ist doch eigentlich... Lauf doch nicht weg. Warte mal. Ich tue das jetzt. Let's go. Oh. Okay, warte mal. Wie siehst du denn da aus? Ah! Geh doch nicht weg. Ach Gott. Geh doch du nicht weg. Oder vielleicht dich oder so? Du hast auf jeden Fall coole Flügel. Warum gehen die doch alle weg? Ich möchte doch einfach nur euch kopieren, Leute. Du siehst doch gut aus. Ich möchte auch Barbie sein. Oh nein, du bist gerade am Umziehen. Alles klar. Okay, warte mal. Habe ich noch hier Häuser und so? Ich gehe doch einfach nur mal hier. Kann ich in das Haus reingehen? Ach nein, das ist... Ach, das ist abgeschlossen. Ah! Okay, das hier ist auf. Soll ich hier reingehen? Ich glaube, das ist jetzt auch abgeschlossen. Oh mein Gott. Ich wollte doch einfach nur reingehen in dein Haus. Warum darf ich das nicht? Aha. Es gibt auch keine anderen Häuser hier, oder was? Er kommt doch mal hier von der Vanessie. Es ist auch gut. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Warte mal. Die Vanessie ist da. Warte mal. Wie sieht denn da... Wie sieht die denn aus? Okay, ich sehe relativ schlecht, wie sie gerade aussieht. Aha. Sehe ich schon. Alles klar. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Du hast auf jeden Fall solche... Sowas hier an, oder? Das sieht doch so danach aus. Was für ein Outfit hast du denn noch so? Warte mal. Was hier mit einem Bär, glaube ich. Irgend so ein Bären-Ding. Oh, das Problem ist, die ist gerade auch weg. Ah, ne. Oh mein Gott, die Tür ist... Die Tür ist auf. Aber ich glaube, ich darf nicht rein. Ich glaube, ich darf nicht rein. Ach so. Was für coole Hose du hast. Okay. Die Hose mag ich total. Ich hoffe, ich finde die hier. Aha. Glaube, ich kann hier dieses Ding nicht neu machen, leider. Wisst ihr was? Ach, irgendwie schaffe ich das einfach nur nicht. Oh, die hat sich umgezogen. Leute, sie hat sich einfach nur umgezogen. Wie geht... Wie ist das denn? Okay, dann möchte ich auf jeden Fall das nicht mehr haben. Also, das sieht dann auch nicht wirklich gut aus, hätte ich gesagt. Die zieht sich einfach nur um. Ich habe doch nicht so viel Zeit, um mich umzuziehen. Die müsste doch ein bisschen... Weiß ich nicht. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Oh, wundst du denn da? Oh, danke. Jetzt schließt ihr einfach nur hier. Wunderbar dann. Dann kann ich ja dein Outfit kopieren. Das sieht doch easy aus. Das ist auf jeden Fall irgendwas mit Streifen. Und das, ähm... Das könnte ich theoretisch gleich finden. Hoffen wir mal. Ich glaube, das ist das da, oder? Ja, Julia. Das ist doch wunderbar. Warte mal, was für ein... Ha, 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 ha. Nee, ich verstehe das nicht. Also, gut. Ich muss einfach nur... Boah, mein Regieren ist einfach nur, ne? Ich muss... Hoh! Wurde ich gerade gebannt? Ich wurde gerade einfach nur gebannt. Ich wurde gerade gebannt, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ui, 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 ui. Alles klar. Also, theoretisch, okay, diese Mädels stehen hier auch eigentlich ganz gut. Okay, warte mal. Ich muss auf jeden Fall jemanden finden, der einfach nur still steht. Und, ach, ich könnte einfach nur Outfits kopieren. Oder da könnte es einfach nur AFK sein. Das ist doch auch eigentlich ganz gut. Ich wurde einfach nur von Julias Haus ge... Julia. Ich wurde einfach nur gebannt. Wie krass ist das denn? Oh, Sonja. Du hast ja ein Doctuary-Apartment, wo ich nicht reingehen kann. Lass mich rein! Das ist ja anstrengend. Das ist ja extrem anstrengend, Leute. Okay, alles klar. Dann gucke ich doch einfach nur jemand... Warte mal, ist das die Julia? Nein. Oh, oh, du bist hier unterwegs. Äh, ja. Alles klar. Das möchte ich nicht unbedingt nachmachen. Also, hier sind auf jeden Fall irgendwelche Leute, die ich leider nicht verstehe. Weil die, äh, nicht Deutsch sprechen und nicht, äh, Englisch oder so. Das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Boah, wo sind die ganzen Leute? Oh, ja. Ich meine, du siehst doch bestimmt gut aus. Oh, ich kann rein. Das ist ja wunderbar. Das ist ein sehr gutes Haus. Oh, hallo. Oh, du siehst aber aus wie... Hallo. Okay, das werde ich nicht nachmachen. Das werde ich nicht nachmachen. Das ist ein typisch Roblox-Kin. Ich weiß. Okay, alles klar. Oh, warte mal. Da sind ja... Ach, kann ich eigentlich Flügel haben? Kann ich irgendwo hier Flügel haben? Oh, ich kann Flügel haben. Oh mein Gott, was ist da passiert? Was passiert denn da eigentlich? Okay, das sieht extrem... Oh mein Gott, was ist das denn eigentlich? Was machen die denn eigentlich? Okay, ähm... Ich habe eigentlich tolle Flügel. Also, ich meine, genauso wie du. Deswegen, ich würde mal sagen, du hast auch diese Haare. Oh no, macht ja Sinn. Ähm... Ich weiß nicht, welches Gesicht du hast. Deswegen würde ich, glaube ich, sowas nehmen. Oder vielleicht sowas. Und auf jeden Fall irgendwas Schwarzes hier. Ne, also mit Weißen. Okay, 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 okay. Da muss ich erst mal gucken. Ich glaube, sowas. Kann das hier das sein? Und dann vielleicht auf jeden Fall noch so einen schwarzen Shirt. Ich weiß jetzt nicht, ob das eigentlich das Shirt ist. Also, ich nehme einfach nur sowas. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Komm. Guck doch mal. Ich sehe doch einfach nur genauso aus. Ich kriege keine. Ich kriege... Ich kriege keine. Okay, alles gut. Ist alles gut. Ich gehe da einfach nur woanders hin. Alles gut. Ich kann doch auf jeden Fall woanders hingehen. Auch wenn die... Ich wurde einfach nur von Julias Haus gepackt. Da steht, kann mich jemand adoptieren? Ich kann dich adoptieren, aber du... Aber du hast mich gebannt. Was ist los mit den Türen? Was passiert hier alles? Ah! Ich wurde einfach nur gebannt. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Was ist los mit den Türen? Das ist extrem komisch. Es sieht... Es ist mir alles zu unheimlich, Julia. Vor allem, du hast mich einfach so gebannt, ohne wirklich irgendwie... Ich habe doch gar nichts gemacht eigentlich. Aber okay, ist in Ordnung. Ich gucke mal erstmal, ob ich vielleicht noch gebannt finde. Ich wurde einfach nur gebannt von Julias Haus. Okay, das sind ja immer noch diese Mädels, die ich nicht verstehe. Aber ehrlich gesagt, die chatten ein bisschen. Sie sehen ganz nett aus. Oder warte mal. Du siehst doch eigentlich auch ganz gut aus. Okay, du bist jetzt weg. Warum sind die ganzen Leute hier weg? Oh, was ist denn das denn eigentlich? Ich versuche vielleicht noch mal Server zu wechseln. Vielleicht finde ich noch jemanden, den ich auf jeden Fall auch nicht kopieren kann. Und der vielleicht auch darauf achtet, dass ich denjenigen kopieren habe. Also ich meine, die erste Person hat das auf jeden Fall sehr gut geschafft. Also ich stand einfach da und war so... Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Dich kann ich doch kopieren. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Geh jetzt nicht weg. Geh jetzt nicht weg. Geh nicht weg. Bleib stehen. Bleib doch, du stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Es laufen einfach noch alles. Alle weg. Es laufen alle weg, Leute. Okay, ich würde mal sagen, ich versuche auch noch mal einen Server zu wechseln. Und dann sehen wir uns gleich. So, Leute, ich bin jetzt in einem anderen Server. Und ja, ich sehe immer noch so aus. Aber ehrlich gesagt, ich finde, dieser Server ist auch extrem. Hier ist aber nur wirklich gar keine, außer... Da steht auf jeden Fall eine Marie. Und ich würde mal sagen... Ich versuche es einfach nur mal. Ich hoffe, die steht AFK. Warte mal, warte mal. Okay, die läuft nicht weg. Oh mein Gott, ist das wirklich... Oh mein Gott, ich kann wirklich doch jemanden hier kopieren. Oh, das wäre doch extrem gut. Okay, warte mal. Ich kopiere die einfach nur mal. Was hast du denn da alles? Also die Haare sind irgendwelche pinke Haare. Ich glaube, das ist... Warte mal, pink, pink, pink. Oh, sind das die? Ja, habe ich. Wunderbar. So, was hast du denn auch noch alles? Du hast ein Shirt, glaube ich. Und das ist dieses hier. Oh mein Gott, das ist doch easy peasy. Warte mal, das hier? Oh ja. Okay, und du hast hier, glaube ich, noch ein paar... Warte mal, hast du hier noch was oder so? Irgendwas auf dem Kopf? Ich weiß halt nicht. Diese Dinger, ne? Ja, stimmt. Das sind da. Das sind die. Und warte mal, du hast noch diese... Was ist das? Ist es auch als Rucksack oder so? Kann das sein? Ist es... Ach, ja, das ist dieses Ding. Oh mein Gott. Das sieht so gut aus. Aber was ist das mit deinem Gesicht? Bist du ein Alien oder was? Ist das hier? Oh mein Gott, wir sind so kleine Schwester. Wir sind so klein. Also, ich bin eine große Schwester und du bist die kleine Schwester. Und ich bin ein bisschen pinker irgendwie. Weiß ich jetzt nicht. Ja, warum ich eigentlich so aussehe? Aber oh mein Gott, wie cool sieht das denn aus? Boah, ich hoffe, die guckt da einfach mal... Okay, vielleicht... Ich glaube... Okay, ich glaube, vielleicht... Etwas sieht da auf jeden Fall ein bisschen falsch aus. Ich glaube, meine Hose sind ein bisschen anders. Aber ich hoffe, die schreibt ja... Oder ist die da überhaupt? Oder ist die jetzt einfach nur AFK? Und ich habe mich einfach nur jetzt richtig extrem gut hier nachgemacht. Und die ist einfach nur weg. Kann das wirklich sein? Ich glaube, ich glaube, das ist so... Ah, Leute. Okay. Also, ehrlich gesagt... Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung, was ich hier noch alles machen muss. Aber, Leute, falls euch das Video gefallen hat... Hoffentlich ist es auch so. So, ich sehe es auf jeden Fall viel besser aus. Genau. Also, das ist auf jeden Fall mein Avatar, was ich auf jeden Fall auch besser finde. Naja. Also, ich persönlich finde es besser. Muss ich sein, ne? Das war ein bisschen ein Fail. Und ehrlich gesagt, ich habe nicht so viele Leute gefunden, die ich wirklich kopieren konnte. Und leider halt, die anderen haben wirklich gar nicht reagiert. Wirklich die einzige Person, die wirklich reagiert hat, ist die erste Person. Die eine hat mich einfach nur gebannt. Und die zweite hat sich einfach nur mittendrin umgeswitcht. Und einfach nur was anderes angehabt. Was ist das denn eigentlich? Ach ja, Leute. Das war ja wirklich ein Fail. Also, wenn ihr noch mehr von solchen Videos sehen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Bye, bye!